fünf wichtige änderungen für rentner im monat mai 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja der bonne monat mai der steht ja nun auch kurz vor der tür wir haben den 17 april 2024 und unser sonnenmonat mai streckt sozusagen schon die fühler aus und das wollen wir natürlich in guter tradition nutzen um ihnen mal die fünf wichtigsten änderungen für den monat mai die also auch für rentnerinnen und rentner wirklich wichtig sein können mal hier darzulegen ohne lange vorrede los geht's mit der ersten änderung ich habe wieder eine schöne folie vorbereitet für sie und dann können sie sich das dann auch auf unserem youtube kanal rentenbescheid24.de einfach mal anschauen und durchlesen los geht's mit dem zahltag im monat mai für die rente meine damen und herren da bin ich immer mal ein bisschen kritisiert worden dass ich da nicht so genau hingeschaut habe jetzt habe ich mir das mal genauer angeguckt und der monat mai hat ja 31 tage das heißt also der 31 fünfte wäre der freitag ist ein freitag dort habe ich mal genauer hingeguckt es ist der 31 fünfte ist kein bundeseinheitlich gesetzlicher feiertag somit der letzte bank arbeitstag im monat mai 2024 und das ist genau der zahltag für den rentenmonat mai als sogenannte nachschüssige zahlung die meisten rentnerinnen und rentner bekommen ihre rente immer nachschüssig gezahlt der 31 mai ist aber gleichzeitig auch der rentenzahltag für den rentenmonat juni 2024 denn einige von ihnen bekommen tatsächlich ihre rente auch noch vor schüssig gezahlt so das soll es gewesen sein zur ersten änderung schauen wir uns jetzt mal die zweite änderung an und zwar auch wichtig für rentnerinnen und rentner die nicht viel geld haben bürgergeld und wohngeldzahlung zahltag mai 2000 der zahltag für den monat mai 2024 ist immer der 30 vierte 2024 ist der zahltag für das bürgergeld wird das wohngeld und die grundsicherung diese geldzahlungen sind grundsätzlich vorschüssige sozialleistungen die müssen immer am letzten tag oder am letzten bank arbeitstag des monats für dem der der dann zur zahlung fällig wird also monat april für den monat mai müssen dann am letzten bank arbeitstag auf den konten der betroffenen anspruchsberechtigten sein das ist ganz wichtig die zahlung für den monat juni 2024 muss dann selbstverständlich ähnlich wie der rentenzahltag am 31 5 2024 auch auf ihrem konto sein schauen wir uns die dritte änderung an da will ich mich noch nicht so hundertprozentig festlegen ob es im mai passiert oder schon im april aber die bundesregierung muss damit das gesetzgebungsverfahren für die rentenerhöhung 2024 in gang gesetzt wird muss die rentenwert bestimmungsverordnung diesen entwurf durch den bundesminister für arbeit und soziales hubertus heil ja veröffentlicht worden ist im bundeskabinett beschließen das wird meistens immer ein mittwoch sein die tagen ja immer mittwochs aller 14 tage glaube ich oder einmal an der woche und da damit das gesetzgebungsverfahren für die rentenerhöhung zum 1.7 starten kann muss das bundeskabinett in die gänge kommen und muss diesen entwurf des hubertus heil beschließen das heißt wir wollen ja hoffen dass pünktlich zum 1.7 24 4,5 7 prozent mehr rente kommen zum 1.7 2024 gibt es ein bundeseinheitlich geltenden rentenwert für einen persönlichen endgeltpunkt gibt es dann 39 euro und 32 cent meine damen und herren schauen wir uns mal die vierte änderung an und zwar welche geburtsjahrgänge können denn erstmals zum 1.5 24 in rente gehen das wort heißt erstmals meine damen und herren und da unterscheiden wir bei unseren vier klassischen altersrentenarten einmal die regel altersrente dort können die geburtsjahrgänge vom 2.4 1958 bis einschließlich 1.5 1958 mit glatt vollendeten 66 lebensjahr in die regel altersrente gehen was brauchen sie sie brauchen fünf jahre wartezeit und einen rentenantrag und dann kann es losgehen mit dieser rente die rente ist im übrigen abschlags frei die regel altersrente entschuldigung dann starten wir mit der altersrente für langjährig versicherte das ist die rente mit der sie mit erstmals mit vollendung des 63 lebensjahrs in rente gehen können das heißt also die geburtsjahrgänge vom 2.4 1961 bis zum 1.5 1961 also einschließlich 1.5 1961 wenn erstmals mit vollendung des 63 lebensjahrs zum 1.5 2024 in diese rente gehen was brauchen sie noch natürlich den rentenantrag plus 35 jahre wartezeit dann haben wir die altersrente für schwerbehinderte menschen das ist dann zum 1.5 2024 erstmals für die geburtsjahrgänge 2.8 1962 bis einschließlich 1.9 1962 möglich und zwar mit vollendung des 61 lebensjahrs und 8 kalender monate alle die geburtsjahrgänge die nach 1963 geboren worden sind für die altersrente für schwerbehinderte menschen das merken sie sich bitte gleich die können erstmals dann grundsätzlich nur noch mit vollendung des 62 lebensjahres in diese rente gehen diese rente hat ähnlich wie die altersrente für langjährig versicherte einen abschlag der maximale abschlag bei der altersrente für schwerbehinderte menschen liegt gesetzlich bei 10,8 prozent er kann nicht höher sein dann haben wir noch unsere altersrente für besonders langjährig versicherte das ist meine lieblings altersrente um die wird ja hart gerungen in der politik ja also fdp und co will ja am liebsten diese rente loswerden aber da werden sie sich wahrscheinlich die zähne an der spd und den grünen ausbeißen meine damen und herren hier haben eine ganz starke besonderheit der geburt der geburtsjahrgang 1.1.1960 und zwar nur dieser eine einzige tag das merken sie sich bitte der kann erstmals zum 1.5.24 diese rente beanspruchen der rentenbeginn zum 1.6.2024 ist dann für die geburtsjahrgänge vom 2.1.1960 bis 31.1.1960 möglich warum ist das so warum nur dieser eine tag es ist einfach zu erklären wir haben nämlich hier einen sprung drin wer am 31.12.1959 geboren wurde der konnte noch mit 64 jahre und zwei kalendermonate in die altersrente für besonders langjährig versicherte gehen das wäre dann zum 1.3.2024 möglich gewesen erstmals die geburtsjahrgänge vom 1.1.1960 an die können diese rente nur noch erreichen mit vollendung des 64 lebensjahres und vier kalendermonate sie hören wir haben einen sprung drin zwei kalendermonate mehr das heißt also der geburtsjahrgang 1.1.1960 aber nur dieser eine einzige tag der kann tatsächlich am 1.5.2024 in die altersrente für besonders langjährig versicherte gehen was brauchen sie noch sie brauchen selbstverständlich 45 jahre wartezeit und wie immer einen rentenantrag last but not least die fünfte wichtige änderung für den mai 2024 und das ist ja etwas ganz erstaunliches und zwar ist ab dem 1.5.2024 oder wird ab dem 1.5.2024 werden bußgelder wegen verkehrsübertretungen die sie in der schweiz mit ihrem pkw begangen haben nunmehr auch in deutschland vollstreckt das war ja bisher nicht möglich es gab kein vollstreckungsabkommen das heißt also ein deutscher verkehrssünder der in der schweiz 40 kmh zu schnell gefahren ist der konnte das bußgeld die vollstreckung aussitzen die verjährungsfristen aussitzen und kann jetzt nach entsprechender verjährung dieses dieser bußgelder auch wieder in die schweiz einreisen aber das ist nur so ganz allgemein das muss man individuell natürlich prüfen und ab 1.5.2024 geht das aber nicht mehr da gibt es nämlich einen vollstreckungsvertrag zwischen der schweiz und deutschland das heißt also deutsche rentner bitte aufgepasst ja wenn sie ab mai 2024 mit dem pkw mit ihrem eigenen pkw oder gemieteten pkw in der schweiz unterwegs sind bitte extrem aufpassen schweizer bußgelder sind deutlich höher als in deutschland keine sorge meine damen herren schweizer die in deutschland bußgeldübertretungen begehen sind auch von der vollstreckung deutscher bußgelder in der schweiz betroffen aber sie wissen deutsche bußgelder im verkehrsbereich sind deutlich niedriger oder zum teil deutlich niedriger als in der schweiz so meine damen herren das soll es erstmals gewesen sein von den fünf wichtigen änderungen für rentner im monat mai 2024 ich hoffe für sie ist das jetzt alles klar und deutlich geworden wir werden selbstverständlich dann für den monat juni 2024 auch entsprechende änderungen bekannt geben hoffen wir das beste dass die rentenwertbestimmungsverordnung nunmehr schnell in gesetzeskraft übergehen kann so dass die deutsche rentenversicherung oder deren träger der gesetzlichen rentenversicherung ihnen ab dem 1.7 2024 pünktlich ihre doch lang ersehnte rentenerhöhung dann auszahlen können näheres zu diesem thema fünf änderungen im mai 2024 finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel littleen mehr du w wo